Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch dieses kleine Rätsel mitgebracht, das folgendermaßen lautet. Du und ich haben Schafe. Ich gebe dir eins von meinen Schafen, dann haben wir gleich viele. Nun gibst du mir das Schaf zurück und schenkst mir noch eins von deinen dazu. Jetzt habe ich doppelt so viele Schafe wie du. Wie viele Schafe hatten wir am Anfang? Ja, gehen wir da mal ein bisschen strukturiert in das Ganze ran. Ihr könnt ja gerne erstmal selbst ein bisschen rumprobieren, wie ihr hier vorgehen würdet. Ich zeige euch jetzt mal einen Weg, wie man hier vorgehen kann. Und zwar geht es ja um dich und mich, also du und ich. Dann tragen wir das mal so ein, wie es wirklich heißt. Also einmal schauen wir uns das Du an und einmal schauen wir uns das Ganze in Ich-Form an. Die eigentliche Frage ist ja, wie viele Schafe hatten wir am Anfang? Also du hattest x Schafe, wissen wir nicht, wie viele du hattest. Ich hatte y Schafe. Gehen wir dem Ganzen mal unbekannte. Jetzt das Prozedere. Ich gebe dir eins von meinen Schafen. Also das Ich gibt dir, also ich gebe dir eins von meinen Schafen. Dann sagen die, dann haben wir gleich viele. Okay, wie viele Schafe habe ich denn dann, wenn ich dir eins gebe von meinen y Schafen? Wenn da eins verschwindet, habe ich nur noch y minus eins Schafe. Und du hattest ja x, du kriegst eins dazu von mir. Dann hast du x plus eins Schafe. Und die Aussage ist, dann haben wir gleich viele Schafe. Also jetzt in diesem roten Zustand hast du genauso viele Schafe wie ich. Das heißt, diese beiden Zahlen hier müssen dann übereinstimmen. Da können wir ein Gleichheitszeichen in die Mitte machen. Haben eine Gleichung und das ist unsere erste Gleichung. Wir haben ja zwei Unbekannte, x und y. Deswegen brauchen wir zwei Gleichungen. Und die hoffen wir mit dem zweiten Satz hier zu finden. Denn es geht hier ja weiter. Nun gibst du mir das Schaf zurück. Also das Schaf, was ich dir gegeben habe, gibst du mir jetzt wieder zurück. Also wir landen dann erstmal nochmal bei der Ausgangslage, dass du x Schafe hast und ich y. Aber dann, du schenkst mir noch eins von deinen dazu. Also du gibst mir dann ein Schaf. Jetzt habe ich doppelt so viele Schafe wie du. Okay, wir sollen mal schauen, wie wir diesen Satz in der Gleichung wursteln können. Aber erstmal gucken wir, wie viele Schafe habe ich denn dann, wenn du mir eins gegeben hast. Ich hatte y, eins kommt dazu, also habe ich y plus eins Schafe. Wie sieht es bei dir aus? Du hattest x, hast eins abgegeben, also hast du danach dann x minus eins Schafe. So, jetzt habe ich doppelt so viele Schafe wie du. Dieses doppelt so viel, also ich, das hier, die Zahl, soll doppelt so groß sein wie diese Zahl. Sie sollen nicht gleich sein. Ich mache da schon mal ein gleiches Zeichen hin. Nur dieses doppelt so viel müssen wir noch reinbringen in die Gleichung. Also diese Zahl soll zweimal so groß sein wie diese Zahl. Also irgendwo muss jetzt hier noch so ein zweimal hin. Und da ist es immer so ein bisschen verwirrend, kommt dieses zweimal jetzt hier auf diese Seite oder kommt das zweimal jetzt auf diese Seite. Und dann kann man sich einfach das Ganze an Zahlen anschauen. Wenn ich eine Zahl habe, die doppelt so groß ist wie eine andere, also zum Beispiel die 10 ist doppelt so groß wie die 5, wo kommt dann dieses zweimal hin? Naja, hier zu der kleineren Zahl. Zweimal 5 ergibt 10. Hier steht die große Zahl, die kleine Zahl wird verdoppelt. Und genauso machen wir das auch. Hier, das hier soll die große Zahl sein. Die soll zweimal so groß sein wie die. Also muss dieses zweimal hier auf diese Seite schön noch eine Klammer drumherum. Und das ist unsere zweite Gleichung, die wir dann schnappen können und in unser Gleichungssystem schreiben können. Und damit können wir dieses Gleichungssystem lösen. Wir haben hier x drin und y. Genauso hier x und y. Wir können jetzt verschieden vorgehen. Wir könnten die erste Gleichung nach x umstellen und dann hier für das x in der zweiten Gleichung einsetzen, also das Einsetzungsverfahren benutzen. Das heißt, wenn wir die erste Gleichung nach x umstellen, muss diese 1 hier weg, also minus 1 rechnen. Dann steht das x alleine da. Und rechts haben wir y minus 1, minus 1, also y minus 2. Und das setzen wir dann jetzt in die zweite Gleichung ein. Also die erste Gleichung wird in die zweite Gleichung eingesetzt. Was steht dann da? Zweite Gleichung ging los mit zweimal Klammer auf. Statt dem x setzen wir unser neues gefundenes x ein, nämlich y minus 2. Dann kam danach die minus 1 und die Klammer zu. Und rechts stand das y, das wir ja nicht anfassen wollen. Eine Gleichung, in der nur noch y drin ist, die können wir nach y umstellen. Und das machen wir jetzt mal hier. Vielleicht fassen wir in der Klammer zuerst mal die beiden hier zusammen. Minus 2, minus 1 sind minus 3. Müssen wir nicht neu abschreiben, können wir so zusammenfassen. Dann lösen wir die Klammer auf. Zweimal das und zweimal das. Das heißt, zweimal y sind zwei y. Zweimal minus 3 sind minus 6. Rechts steht das da. Und dann können wir die y zusammenfassen. Also alle y nach links rechnen wir minus y. Dann haben wir zwei y. Minus 1y ist nur noch ein y. Die minus 6 stand da links noch. Rechts steht da nur noch die 1. Und damit wir die Gleichung nach y umstellen, müssen wir noch plus 6 rechnen. Dann haben wir es auch schon, dass 1 plus 6, also 7, unser y ist. y haben wir schon mal. Dann können wir mal zurückgehen. Also y habe ich jetzt hier hingeschrieben. x können wir jetzt ganz schnell ausrechnen, weil wir die erste Gleichung ja schon nach x umgestellt haben. Das heißt, wenn wir hier für das y einfach unsere gefundene 7 einsetzen, dann sehen wir, dass x eben 5 sein muss. Und damit haben wir das Rätsel gelöst. Ich habe 7 Schafe, du hast 5 Schafe. Und wir testen gerade mal noch, ob diese Sätze dann hier stimmen. Ich gebe dir 1 von meinen Schafen, dann haben wir gleich viele. Wenn ich dir 1 gebe, dann habe ich nur noch 6. Und du aber auch 6 Schafe. Dann haben wir also gleich viele. Passt. Gibst du mir das Schaf zurück. Okay, dann hast du wieder 5. Ich habe 7. Und schenkst mir noch eins von deinen. Dann hast du 4. Ich habe 8. Also habe ich doppelt so viele Schafe dann wie du. Und das Ganze passt. Dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich bin gespannt, wie ihr in das Ganze reingegangen seid. Schreibt es in die Kommentare rein. Und ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ich bin gespannt, wie ihr habt.